Heute ist Muttertag, der Tag von Abermilliarden Müttern wie unserer Mutter. Meine Brüder und ich sind inzwischen erwachsen, aber so Kind bleibt man doch immer, egal wie alt man wird. Wir wissen, dass wenn wir ein Problem haben, wir nach Hause kommen können, zu unserer Mutter. Wir wissen, dass wir bei ihr immer etwas Leckeres zu essen bekommen, auch wenn es sie stört, immer noch für uns kochen zu müssen. Aber jetzt ganz im Ernst, Familie, insbesondere Mütter, sind durch nichts zu ersetzen. Das zeigt sich aktuell in der Krise. Die Mütter, die zu Hause bleiben, für den Haushalt sorgen, die Kinder beim Homeschooling unterstützen, nebenbei auch noch Homeoffice machen und 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 zeigen, wie leistungsfähig diese Frauen sind, aber was die Welt auch ohne Mütter wäre. Und deshalb war es richtig, dass wir auch Familien, auch gerade Mütter und Väter unterstützt jetzt haben, aktuell durch unsere Hilfsprogramme, damit sie leichter zu Hause bleiben können. Wir verlangen ihnen ohnehin viel ab. Am Ende kann niemand ersetzen, was Mütter tun. Es gibt einen wunderbaren Satz, der, glaube ich, alles ausdrückt, was man über Mamas sagen können. Engel ohne Flügel, das sind Mamas. Wie meine. Danke, Mama.